Musik Patrick Hausting, Sascha Klein oder Christine Steuer. Sie sind die Großen im deutschen Turmspringen, doch Erfolg ist kein Glück, sondern harte Arbeit. Der Turmspringer-Nachwuchs der CE-Jugend traf sich am Wochenende zur deutschen Sommermeisterschaft. Rund 50 Sportler aus elf verschiedenen Vereinen eiferten ihren großen Vorbildern nach und gingen in der großen Schwimm- und Sprunghalle in Berlin an den Start. Bundesstützpunkte bringen ihre Sportler an den Start und die Landesstützpunkte, dort qualifizieren sich die Sportler über ihre Landesmeisterschaften. Frischgebackener Meister des Jahrgangs 2002, der Jungen im 3-Meter-Kunzspringen, wurde Tom Waldsteiner vom TSC Berlin. Nach insgesamt neun Durchgängen sicherte sich der junge Berliner den ersten Platz mit insgesamt 361,5 Punkten. Auf den frischen Lorbeeren ausgeruht wird sich jedoch nicht, denn Tom hat noch viel vor. Im Turmspringen darf ich auf allen Fällen auf 10 Meter springen und eine gute Kür später springen. Und schon mal bei Olympia teilnehmen. Neue Meisterin im Turmspringen wurde Pauline Pfeil. Sie überzeugte mit ihren Sprüngen aus 5 und 7,5 Metern nicht nur die Wertungsrichter, sondern auch das Publikum. Also mein Lieblingssprung ist 1,5 Rückwärtsschrank. Den mache ich sehr gerne, weil ich sehr gut drehen kann. Aber was ich nicht so gerne mache, ist zum Beispiel Delphi. Mein 2,5 Delphi war nicht gerade der Beste, aber ich mag Delphi generell einfach nicht so. Mögen oder nicht mögen ist die eine Sache, aber auch die Bewertung ist von den Schwierigkeitsgraden der jeweiligen Sprünge abhängig. Je komplizierter der Sprung, desto höher der Multiplikator, mit welchem die erreichten Punkte errechnet werden. Für jeden Laien und für jeden Zuschauer ist es ganz schwer, innerhalb von knapp zwei Sekunden eine Wertung abzugeben. Und dass ein Kampfrichter, das ist ein geschultes Auge, den meisten Kampfrichter sind ehemalige Wasserspringer. Die haben selber die Erfahrung, die haben dann alles auch mit bei. Ehemaliger Wasserspringer, das sind die Sieger vom Wochenende noch lange nicht. Vielleicht übernimmt ja die eine oder der andere später mal den Platz von Hausding, Klein und Co. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020